Das sind aber auch für polnische Tische, die sind aus Granit. Ja, nur mal so. Ich weiß nicht, wo hingen die da noch? Und, äh, es ist ja erlaubt, bis 2.18 Uhr zu bürbern. Genau. Aber ich fülle das Ding an, Junge. Einfach mal machen. Ah, nee, ich gucke ein Auto, da müssen wir noch eine Sekunde warten. Zünden und rennen. Ja, ich kann jetzt hier nicht ein Auto und eine Luft stecken. Klo! Warum nicht? Ich hab gedacht, du bist so ein Kreis, Kai, Uwe. Ich hab gedacht, bist der krasse Kai, Uwe. Uwe Kai. Zieht ein Schwanz ein. Uwe Kai, der Hau... Ey, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto! Hat er Pech? Ey, ey, warte, warte! Ey, willst du... Ey, ey, warte! Warte, warte! Ey! Alter, ey, so ein Ding des Ganzen hier bei mir vorbeischüpfen, alter. Geil! Alter! Die sind welche weitergegangen. Hör mal! Hör mal! Ja, 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 ja.